Willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial zu Lumion 4. Mein Name ist Frank Schröer von der Generalvertretung Lumion Deutschland. Und in diesem kleinen Tutorial soll es um das Menü Foto gehen. In dem Menü Foto werden wir von unserem Projekt, was fertig modelliert ist, endgültig Bilder rechnen. Das macht dieses Menü, das gibt die Einstellungen, das gibt die Optionen, welche Bilder, welche Bilderformate möglich sind. Und das wollen wir uns jetzt im Einzelnen mal angucken, was da alles möglich ist. Ich wechsle mal hier in die Beispielszene Island. Und in dieser Beispielszene Island wechsle ich direkt in das Foto-Menü. Das Foto-Menü befindet sich auf der rechten Seite unter dem Bauen-Menü. Und in diesem Foto-Menü haben wir verschiedene Optionen. Ich fange mal oben links an. Hier habe ich die Möglichkeit, Effekte zu hinterlegen. Effekte werden mir meine endgültigen Bilder noch ein wenig aussteuern, noch ein ganz klein bisschen heller, dunkler, kontrastreicher machen, die Sonne definieren und so weiter. Eben alles, was für das Bild wichtig ist, das kann ich hier über die Effekte noch nachregeln. Wenn ich Effekte abgelegt habe, dann kann ich diese hier über die Zwischenablage kopieren und bei einem anderen Projekt gegebenenfalls wieder einfügen. Nichts anderes mache ich eigentlich mit meinen Tutorials der Effektkombinationen, wo ich verschiedene Effekte mal kombiniere und Ihnen zeige, was da alles möglich ist. Da nutze ich auch, um die Effektkombinationen abzuspeichern, hier das Kopieren und das später wieder einfügen in andere Projekte. Dieser Schalter arbeitet mit Effekten. Ich nehme diesen Effektstapel, den ich hier abgelegt habe und schalte mich hier über diesen Schalter eigentlich wieder zurück in das Bauen-Menü. Allerdings nehme ich alle Effekte mit, die ich hier angewählt habe, sodass das im Bauen-Menü mit diesen Effekten dann halt entsprechend aussieht. Okay, das ist dieser Bereich hier. Wenn ich jetzt hier einen Effekt anwähle, machen wir mal, haben wir hier die Fotoeffekte mit den unterschiedlichen Themenbereichen wie Welt und Wetter und Objekte, Kamera, Style und Künstlerisch. Und wenn ich mir jetzt einen Effekt hier aussuche, mal gucken, welchen ich nehme, vielleicht diesen überstrahlen, dann kann ich bei den Effekten dann hier über diese Schieberegler dann die einzelnen Parameter genau einstellen. Okay, diese Kameraposition, die wir hier sehen, die gefällt mir natürlich noch nicht. Das heißt, das muss ich noch ein bisschen ändern. Ich habe hier oben in der waagerechten Zeile zehn mögliche Speicherplätze für Kamerapositionen. Dieser weiße Schalter ist eigentlich zweigeteilt. Der große Schalter ruft die Kamera auf. Da drunter taucht noch ein zweiter Schalter auf. Der speichert die aktuelle Kameraposition ab. Jetzt muss ich nicht immer, ich kann es, aber ich muss nicht, immer für die neue Kameraposition in das Bauen-Menü, sondern ich kann auch meine Kameraposition im Foto-Menü ändern. Das funktioniert ähnlich wie im Bauen-Menü. Das heißt, ich gehe einfach an die Stelle, wo ich eine Kamera platzieren möchte. Nehmen wir mal an, das ist diese Stelle. Das soll so aussehen. Und wenn ich diese Stelle für gut befunden habe, aktiviere ich hier auf diesem Speicherplatz 2 die untere Kamera. Kamera speichern. Auch da liegt eine Tastenkombination drauf. Das ist die Ctrl-2-Taste. Und sobald ich die drücke, wird die Kamera gespeichert. Es ertönt so ein Klickgeräusch. Und dann habe ich diese Kameraposition hier auf Kanal 2 gespeichert. Okay, jetzt kann ich hier noch durchlaufen und mir die nächste Kameraposition suchen. Mal schauen, wo ich eine schöne habe. Ja, vielleicht diese hier. Die speichere ich jetzt auf Position 3. Okay, jetzt habe ich schon drei Kamerapositionen. Eine war schon da und die beiden anderen habe ich gerade gemacht. Das ist die erste, das ist die zweite und das ist die dritte. So, und jetzt kann ich auch noch meinen Effekt ein bisschen nachkorrigieren, weil diese Effekte, die hier liegen, gelten immer für die gesamten Kamerapositionen. Das heißt, hier kann ich den Überstrahlwert vielleicht noch ein bisschen wegnehmen. Okay. Was auch noch für die Kameraposition, sprich für die Darstellung wichtig ist, ist hier unten der Schalter Brennweite. Der steht standardmäßig auf 15. Aber ich muss jetzt die Kamera nicht unbedingt verschieben, wenn ich weiter nach vorne möchte, sondern ich kann einfach die Brennweite umstellen und speichere mir diese Kamera halt auf dieser Position ab. Dann habe ich halt eine Kamera mit der Brennweite 15 und eine Kamera mit der Brennweite 27. Und so mache ich das durch meine gesamten Projekte, beziehungsweise durch mein gesamtes Projekt, stelle mich an jede Stelle, kann natürlich auch in irgendeine Richtung schauen, in die ich gerade schauen will, vielleicht in diese, und speichere mir die Kameraposition ab. Wenn ich die Speicherposition, beziehungsweise die Kameraposition aktualisieren möchte, dann wähle ich einfach eine neue Kameraposition, nehme schon mal einen gespeicherten Bereich und speichere die einfach nochmal. Und so ist das jetzt hier aktualisiert. Gut. Wenn wir alles soweit haben, ich wechsle mal in diese Kamera, dann speichern wir jetzt dieses Bild ab. Zum Abspeichern schlägt uns Lumion schon mal Formate vor und Dateiendungen. Die Dateiendungen der ersten beiden Schalter hier unten, E-Mail und Desktop, werden mit JPEG vorgeschlagen und die beiden letzten Bereiche, Print und Poster, werden mit einer Bitmap-Datei, mit einer BMP-Datei vorgeschlagen. Ich versende über diesen Schalter natürlich keine E-Mail, sondern ich erstelle dieses Bild jetzt, damit es einfach per E-Mail verschickt werden kann. Die Auflösung dieses Bildes ist 1280x720, also nicht gerade groß, damit die Datei schön klein ist. Wenn ich auf diesen Schalter drücke, fragt er mich, wo soll ich das denn hinspeichern? Und ich sage jetzt hier, das Ganze heißt Island. Sie sehen hier drunter, das Ganze wird mir als JPEG vorgeschlagen. Wie gesagt, wenn ich es nicht möchte, dann kann ich hier noch eine andere Dateiendung wählen. Aber JPEG ist in dem Bereich in Ordnung. Ich drücke auf Speichern und jetzt fängt er hier unten an zu zählen, von 0 bis 16. Und wenn er bei 16 angekommen ist, ist das Bild gerechnet. Das ist jetzt der Fall. Schauen wir mal rein, wie es aussieht. So sieht das Bild im Moment aus. Die nächst größere Auflösung ist die Desktop-Auflösung. Auch die wird mir standardmäßig mit JPEG vorgeschlagen. 1920x1080. Ich überschreibe einfach dieses Bild, was wir gerade gemacht haben. Das wird jetzt ein ganz klein bisschen langsamer rechnen, weil er halt eine höhere Auflösung rechnen muss. Ist jetzt nicht sehr störend, aber ich muss halt ein bisschen länger warten. Okay, und das Bild, was ich jetzt gerechnet habe, das sieht so aus. Und wir sehen schon, das wird deutlich größer dargestellt. Und ich kann auch hier ein ganz klein bisschen mehr reinzoomen, obwohl auch nicht so sehr tief, weil dann wird es schon sehr pixelig. Wenn ich jetzt hier so reinzoome, dann sehen Sie hier, fängt das schon an, sehr pixelig und sehr grösslich zu werden. Ist halt nicht so eine hohe Auflösung. Okay. So, wechseln wir zurück zu Lumion, weil wir haben nämlich die nächsthöhere Auflösung. Das ist die Print-Auflösung. Die hat auch eine Besonderheit. Hier werden nämlich sofort alle Dateien, die ich abspeichere, in 300 dpi abgespeichert. Das ist genau das, was die Druckerei braucht. Wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte jetzt wieder mein Island abspeichern, Sie sehen, hier wird mir direkt die BMP-Datei vorgeschlagen, die ich jetzt hier in dem Falle nicht mehr ändern kann, weil ich halt in dem Print-Bereich auf den 300 dpi sein muss. Und das kann nicht jedes Format leisten. Und deswegen ist hier das BMP-Dateiformat hinterlegt. Das kann das. Und wenn ich jetzt auf Speichern drücke, dann startet jetzt der Rechenprozess. Allerdings, Sie sehen es hier unten, er zählt nicht mehr bis 16, sondern er zählt jetzt bis 64. Das heißt, er braucht jetzt schon länger, bis er diese Auflösung des Bildes gerechnet hat. So, ich habe das mal ein bisschen beschleunigt, damit wir jetzt nicht so lange darauf warten müssen. Und jetzt sind wir auch gleich durch. Jetzt ist er gleich bei seinen 64. Das ist jetzt der Fall. Okay. So, und jetzt schauen wir uns das Bild nochmal an, was er jetzt gerechnet hat. Und das sieht auf den ersten Blick genauso aus wie die anderen. Wenn ich jetzt aber hier reinzoome, dann sehen Sie, dass ich deutlich tiefer reinzoomen kann und das alles wird noch sehr exakt und sehr detailliert dargestellt. Also, die Auflösung, die ist schon ganz okay. Über den Schalter kann ich mir die Realauflösung angucken. Das macht hier dieser Schalter. Also, das sieht schon alles sehr, sehr ordentlich aus. Das war es eigentlich schon zu dem Thema Fotomenü. Großartig mehr gibt es hier darüber nicht zu sagen. Und im nächsten Kapitel kümmern wir uns um das Menü Film. Untertitelung. 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 Untertitelung.